So, da sind wir wieder und wir sind wieder in Runde 3 von diesem blöden, zweiten, schlimmsten Level aller Zeiten. Ich hab ja gesagt, ich, ähm, geh bis hierhin mal vor, ja. Und hier sind wir nun und jetzt will mir echt der Kleinling hier nicht zu eigen werden. Das heiße ich ja gar nicht schön. Gar nicht schön heiße ich das, so. Boah, ruckelt die ja, leck mich doch am Penis. Nein, am Hintergrund. Ja, weißt du auch, wie du das? Boah, so. Mhm, mhm, mhm. Wie, wie, aus, wie, der Welt? Scheiß, Dreck, Arsch. Gott, so. Jetzt wir versuchen, keine Lohnschlöße zu bringen, wir wollen einfach das Level schaffen. Ja, gut, und den Kleinling möchte ich dann bitte doch haben. Aber ich glaub, ich hab's sogar schon mit dem Lumps. Ich finde aber auch, er sieht aus, als ob er noch einen Schlag abhaben könnte. So. Da. Schlängelt sie. Luta, loot, 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 loot. Wir haben noch gar nicht den blauen Pilz hier beim letzten gesehen, der uns da hilft. Deswegen, das macht mich auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Äh, was? Wie ist das denn jetzt? Ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich hab das sowas von übersehen einfach nur. Alter, what the fuck? Oh, ich hasse diese Level. Ich kann's einfach nicht leihen. Boah, knapp, knapp. Ja, du mich auch, du... Boah. Ich schiebe gleich, ey. Na, ich würde niemals schieben. Ähm. Hust, hust. Ja, gut. Das war jetzt... Schlecht war aber ja nicht. Nimm beide direkt am Anfang. Das war mein Fehler. Äh, Lump. Äh, Kleinling. Kleinling. Kleinling und Lumps zu vergleichen. Bös. Boah, ich muss mich gerade so konzentrieren. Das ist schlimm. Ja, wenn ich schon mal da bin, kann ich ja auch gerade die Lumps da nehmen, ne? Ich will das in eine Loot. Oh, 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 oh. Ich will einfach nichts mehr in den Zufall übernehmen. So. So weit waren wir noch. Nee. Ich verstehe nicht. Wie soll ich denn... Da müsste ich ja dann echt eine Stampfer da genau unten machen. Wie soll ich das denn bitte machen, dass der mich dann enttrifft? Ich muss einfach jetzt wissen, dass der von... Oben schlägt. Gut, um mir einfach wissen. Das ist doch überhaupt nicht übertrieben mit den ganzen, äh, Dingen ins Lahn, ne? Aber scheinbar auch egal zu sein, wo ich stehe eigentlich. Der schlägt immer am selben Punkt zu. Oh, oh. Ich hasse dich, du blödes Arsch. Also, ich will nicht auf die Uhr. Scheiße. Ach, egal. Bam. Was bin ich so schlecht? Ey, komm schon, ein anderes Level will ich noch schaffen während der Folge hier. Wissen, die ersten zwei Runden, die habe ich... Ja, auch... Alter, komm schon. Gott sei Dank kann man hier nicht Game Over gehen, sonst wäre ich echt im Arsch. Oh, ich sollte ja versuchen, in der Mitte zu stehen, weil der... So. Und fliegen. Ohhhh... 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 Oh. Nein! Ohhhh... Ohhhh... So. Ja komm Hab ich gewonnen? Ja, 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 ja Ich hab gewonnen Endlich Dankeschön Boah wie brutal Weißt du wie wir sich trotzdem freuen Was macht ihr denn für ein Tanzzater? Lustig Wie Wie Oh Ich könnte da noch sterben Alter wie premium lustig ist das denn bitte gemacht Ah und jetzt krieg ich den auch noch Wie geil ist das denn bitte Ah jetzt bleibt demnächst mal kreativ stecken Ah das ist ja mal Alter auch der Hintergrund grad voll geil Aber das anscheinend lag das Geruckel echt nur an dem riesigen Typ wieder So Ah Ja Ah schon der dritte Es gibt ja gar keinen Job Ach dahin ist noch einer Noch zwei sind da Wie premium Tja Ist doch schön Und wir haben gewonnen Hab ich auch genug klumpst Ja Premium So wir spielen mal mit Selena noch ein Level weiter Dann holen wir aber fürs Musiklevel auf jeden Fall wieder Barbara und spielen auch wieder mit Barbara Das ist schon das Musiklevel Also das Musiklevel da hab ich da weiß ich gar nicht das Musiklevel kenn ich überhaupt nicht so Keen sie ist in trouble Ja hier sind Bonuslevel Die Ja sieben Bonuslevel spiele ich aber eher privat halt für mich so Ich werde das Spiel auch wahrscheinlich noch oftmals spielen einfach nur Weil ich finde es sehr sehr amusant Amusant Ah so Barbara Dann machen wir mit dir mal das Musiklevel Freust du dich schon Ja sie hat gelacht So Riva Fiesta de los Mertos Und wir gehen ins Musiklevel Guitarrero Wirbel Das wird bestimmt schwer weil das hat vier Gar nicht so Dings Weißt du das hier hat auch was finde ich zurecht Ein 5 Mariachi Da war aber klar dass da jetzt so Mexikanisch Musik kommt Tja ja Es hat es so kalt nicht im Ladebüttchen Das ist das erste Mal seit ich dieses Spiel aufnehme Also seit ich es aufnehme Klingt ja traurig an Boah Geil Ah Puh Ja komm Werde ich denn das jetzt kommen sehen sollen Boah Geil Prämium Ich hab schon über 300 Lumps Ah Gut okay da war ich jetzt ein bisschen verwirrt Schrumpfen Hä okay gut da hat jetzt mein Controller nicht reagiert Ja echt mal ey Oh Junge Junge Eita Ach Oh nee Oh nee Ja Jawoll alle lumps ab gott geil alter das ist so premium gerade ich kenne das lide aber ach das sind böse habe ich gleich gesehen die ausbildungs auch hier aber egal die stelle weiten nein wie aber den Das war richtig schön. Das war cool. Das war echt cool. Ja. Habe ich alle Lumps, die ich brauche, gekriegt? Ja. Und es hat überhaupt nicht geruckelt. Das macht mich gerade sehr fröhlich. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese 5 Glückslöse wirklich verdient. Und die machen wir doch auch mal gerade. Also die 8. Ein neues Haustier. Wie überraschend. Hilo. Noch ein neues Kuscheltier. Die sagen ja Kuscheltier und nicht Haustier dazu. Ich würde ja sagen, das ist ein Haustier. Ein Origins Level. Das freut mich. Noch ein neues Kuscheltier. Welch unglaubliche Freude. Die Lumps sind gut. Doch. Noch 3. Ich muss das öfter machen. Bam 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 bam. Und noch 2. Lumps. Vor der Binnen. Komm und jetzt. Alle 6. Alle Lumps. Schade. Nein. Nein. Oh. Schade. Noch ein neues Kuscheltier. Ich will mal gerade hier reingucken. Mal sehen. Vielleicht können wir schon einen Charakter freischalten. Vielleicht haben wir schon einen. Also noch einen neuen. Verschalten. Jawohl. Sogar echt geil. Machen wir das doch jetzt gerade mal. Noch gerade schnell. Obwohl. Ne. Dann machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe natürlich. Es hat euch gefallen. Und würde mich freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.